Oh, fünftes Kapitel, die Wahrheit hinter der Maske. Das finde ich schmerzt. Ja, ich meine, okay. Ich hoffe, Glacius' Kurs ist noch hier. Regal und ich kennen beide diese Stadt wie die Hände. Ich bin sicher, dass wir ihn finden. Wir bezahlen uns zum Ziteln. Okay. Ich weiß nicht, ob das 1 zu 1 genauso ist, aber... Mal gucken, vielleicht werde ich das Spiel auch noch mal spielen. Vielleicht kann ja einer schon in der Zuschauer, ähm... Weiß es zufällig, welches Spiel ich meine. Der kann es gerne in die Kommentare schreiben. So, aber erstmal hören wir uns an, was die zu Mel Tokio sagen. Mel Tokio ist so groß. Ich hoffe, du könntest hier ziemlich schnell verloren werden. Das war der Kapitel von Teth'Ala, als der Welt war noch in zwei. So, both die Menschen und die Gäste gather hier. Es ist kein Wunder, dass die Leute in Teth'Ala uns verletzt. Marta? Keine Stadt in Silberant kann sogar näher kommen. Wir haben nicht sogar einen Leader, um die Leute zu verletzen, als ein properer Land. Aber Silberant wurde verletzt durch die Designs. Die Prosperität wir Teth'Alaans haben genutzt war an der Kosten von deinen Menschen. Also, wenn es so ist, sollten wir jeden Fall machen, um zu verletzen, was wir von dir genommen haben. Bitte entschuldige uns. Oh, das ist nicht das, was ich meine. Ich habe nicht die Teth'Alaans verletzt. Ich dachte nur, wir müssen eine Stadt bauen, die sich selbst mit Mel Tokio befinden. Du bist großartig, Marta. Hey, du bist Silberant, also wir sind zusammen. Genau. Tohkunaga War das doch nicht? Das war's. Immerziehbar war er. Ich bin jemanden, du kennst? Ja, der Tethahala von Tethahala lebt in dieser Stadt, und... Selos! Oh, genau. Du kennst ihn in Palma Costa? Ja, du sagst, du hast. Der Mann, du hast gerade gesehen, ist ein butler der Tethahala von der Tethahala, Selos. Wirklich? Vielleicht ist er dann für die Erhöhung? Ja, wahrscheinlich. Okay, gehen wir ins und reden mit dem Schwerpunkt. Was kann ich für dich tun? Ähm, wir suchen eine rarere Jewel, die in Flanore gefunden wurde. Hat jemand etwas wie das hier gebracht? Ah, ich weiß das Item, das du sprachst. Hat jemand es dann gebracht? Sie haben es sicher gemacht, aber ich habe es bereits verkauft. Ich habe es geholfen. Wer hat es gewonnen? Entschuldigung, ich kann dir sagen. Die Aufmerksamkeit und all das. Du verstehst, nicht? Was meinst du? Merchants sind bereit, um ihre Kunden zu halten, zu spätigen, besonders an, wo es hochwertig sind, wie die Jewel sind. Wenn die falsch Menschen wissen, wer hat dieses Pricelungsmittel, Es ist einfach wie der Mann hier sagt. Entschuldigung, ich kann dir nicht helfen. Aber es ist nicht nur die Person, die es kaufen würde, die ganze Stadt wäre gefährlich. Ich habe eine Idee. Wie geht es, wir fragen uns seine Majestät? Ihre Majestät? Der König? Warum? Die meisten Kunden für Fine Jewels sind Mitglieder der Nobility. Und sie tenden zu zeigen ihre latesten Verkaufnahmen. Ich verstehe. Wir werden mit der localer Aristokratie und wissen, welcher hat Glacchius' Korps. Gute Idee, Regal. Du hast es niemals zu bemerken. Ein Duke und ein Scholar zu boot. Regal, du bist ein Duke? Ich glaube, ich habe es vergessen. Das ist das erste Mal, ich habe gehört. Wow! Präsident von einer großen Unternehmen und einem Duke, auch. Fantastisch! Ich habe Titel und Rang, aber unter all das, ich bin immer Flesch und Blut, wie du. Okay, gehen wir zum Kastel. Alle von Lloyds' Freunde sind wirklich fantastische Leute. Das macht mich über den Lloyds, den sie in glauben glauben. Wenn es nicht für den Centurionskorps gewesen wäre, könnte er sogar ein guter Mann sein. Ja, vielleicht. Kann ich trotzdem hier rein? Ich bin gerade nicht im Laden, da das Lager auffüllen muss. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten der Besitzer. Hm, schade, ich wollte eigentlich kaufen nachher, der ist ja gerade auch weggegangen. Dann werden wir mal mit dem König reden. Äh, apropos, wartet mal. Wir sind noch in Mel Tokio. Gibt es hier nicht auch ein Wunderkoch? Ähm. Warte mal, Mel Tokio, nachdem man durch das Eingangstor links hinter dem Laden... Warte mal. Warte mal. Ich bin links jetzt gelaufen. Vielleicht irgendwo hier? Doch, hier irgendwo. Doch, da. Ah. Ich stand doch vorhin schon. So ein Raiders ist das, ne? Gut gemacht. Du hast mich gefunden. Ich bin der geheimnisvolle Gourmet, der Wunderkoch. Ich gebe dir dies als Beweis. Benutze es mit Bedacht. Rezept für Dessert erhalten. Sehr schön. Auf, danke, Lebewohl. Ja, wir haben fast alles. Okay, dann war das doch da richtig. Aber ich hab's jetzt gar nicht registriert, wo ich da gerade stand. Ich hab nur auf den Gully geachtet. Aber ich wusste doch, Mel Tokio, da war doch noch was. Deswegen nen Wunderkoch. Was zur Hölle? Aber jetzt seh ich das auch, dass hier voll der Riss drin ist. Okay, hier passiert nichts mehr. Was ist hier nur geschehen? Haben sie es nicht repariert? Alter, aber es hat sich gerade angehört, wie... Prisea. Mit dem Holz. Habe ich Recht oder habe ich Unrecht? Habe ich Recht oder habe ich Unrecht? W-W-We can't fight here! W-Why not? Ich weiß nicht, ob die Stadt in kleine kleine Stückchen geflogen wird. Hm, hm. Es ist Zeit, zu sterben. Du wirst jetzt niedergemacht. Komm. Was werden wir denn irgendwie hinkriegen? Da. Schreckenschrei. Konzentration. Kampfgebrüll. Kannst du vergessen. Du wirst als erstes niedergemacht. Du brauchst das gar nicht anfangen, irgendwas zu machen. Kampfgebrüll. Nein, 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 nein. Autsch, das hat weh. Ich frag mich, ob ich dieses Mods auch kriegen kann. Oh. So. Das ist jetzt schlecht. Komm. Ich muss mich heilen. Der Erste ist gleich down. Erste Begegnung Teufelsdrachen, aber das glaube ich, das wird nicht so viel Schaden bringen. Was macht der da? Rösler. So, der schon mal down. Und Terra, du machst ziemlich gute Arbeit. So. Komm her. Das war konzentrierter Zorn und dann noch einen hinterher. Dann die Attacke und dann das und das und dann kriegst du das und dann kriegst du noch Teufelsdrachen. Aber das tut nicht wirklich weh. 515 Schaden, aber das reicht trotzdem aus. Das ist fertig. Du hast es geschafft. Nein, ich werde dir den Kissen geben, was ich versuchte. Welche Versuch? Ah, Galenith kann die Klasse wechseln. Perfekt. Es brauchen wir nur noch eine Katz-Gilde. Dann kann es losgehen. Geh auf, Alice. Du hast verloren. Oh, ich glaube nicht. Ich habe den kleinen Kleinen mit einem specialen Kleinen, der sich selbst destrukt, wenn er verletzt wird. Sehr clever, wenn ich so selbst sage. W-What the hell?! Bye-bye, Mart-Mart! Ich werde das mit dem Kissen wissen, dass du tot ist. Ah, nein! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ich werde das zu tun. Was müssen wir tun? Was müssen wir tun? Allow mich. Sag zu dasselternasier. Tschüss Sieg, wenn Sie mir grandsstahltieren gehen können, Denebray! Please, stay back. Tenebray! Tenebray! Answer me, Tenebray! He's not... he's not dead, is he? He can't be... It... it's just like what happened with Corinne. Tenebray! Tenebray! What? What is this? The Centurions? Centurions will rise time and time again. All that is needed is the power of Lord Ratatosk. This is the reason why I should be the one in control! Emil? Don't worry. The Centurion told me that Tenebray is only asleep. I'm gonna go after him. What do you mean go after him? Where? The Temple of Darkness. If it's the same as the other Centurions we've encountered, then there should be an entrance to the altar in there. That's where we'll find Tenebray! Now I understand. I'll go with you. What about you, Regal? I'll meet with His Majesty and advise him on the situation with Glacius' core first. After that I'll follow you. Whatever. Alright, then we'll meet you there. The Centurions are such mysterious creatures. You got that right. I mean, they just return to their altar when they're injured. Actually, when they're inflicted with so much damage that they revert to their core state. They're supposed to return to Ratatosk himself. Then Tenebray is with me? But Ratatosk is also currently in core form without his powers. Of course. He doesn't have the strength to heal the Centurions. So Tenebray returned to his altar. Or at least that's what they said. You mean the other Centurions? Yeah. Wait, so if Ratatosk wasn't taking his nap, there'd be no need to go to the Temple of Darkness? If Ratatosk was awake, we wouldn't be on this journey in the first place. Oh, right. Hey, do you think Tenebray is really okay? Yeah. He's just changed back into a core, right? He's not dead or anything, right? No, he's not dead! You don't have to yell at me, you know? Sorry. A Centurion can always be revived, as long as their Monosaurus doesn't dry up. They're like summon spirits in that way. The Centurions say it's not a question of his being alive or dead. Okay, I get it. I'm sorry. I shouldn't panic just because I don't understand. No, I like you better angry than meek and apologetic. Emil in Ratatosk mode tells it straight like a man. Was the Crowns of Darkness? War there nicht irgendwas?